Es gab einen Moment in meinem Leben, da hatte ich alles. Meine Ehe mit Eric, meine Arbeit und dann ein paar kurze Monate lang hatte ich noch ihn. Diesen Jungen, Tommy. Es ist schwer zu sagen, wieso ich es so weit gehen lief, wie es ging. Wahrscheinlich hört sich das jetzt ziemlich einseitig an und es ging nur um mich und mein Vergnügen und meine Lust und meinen Wunsch nach einem Kind. Aber das stimmt nicht. Das stimmt ganz und gar nicht. Ich hatte nicht vor, mit diesem Jungen in einer anderen Stadt neu anzufangen, mit unserem Kind im Bauch. Manchmal ertappe ich Eric dabei, wie er mich anschaut. Mit so einem Blick. Und dann denke ich, er weiß es. Er weiß alles. So sieht es aus. Das ist der Preis für meine Lust und meinen Betrug und mein falsches Spiel. Und vielleicht ist die allerschönste Art der Liebeserklärung tatsächlich ein Kind.